Diese Pramonimade der Long, Framon Fungus Kuru and Resteck Wettirstür, Veva Kulm! Der gute Vladimir. Nein, nur Vladimir. Genau, weil das ist ja kein Vampir. Ja, Penny, du bist der Held. Really? Die Kombi! Hier hinterm Baum steht nur einer, aber den erkenn ich nicht, oder? Weg da, wenn ich! Weg da, wenn ich! Ach, da unten! So, halt, halt! Ich würd mich behalten, wenn ich... Ah, Markus, geh du mal den Checkpoint aktivieren. Hab ich schon. Glauben. H pow... Wir sind verwirrt! Du frag, Markus! Ich wach hier gar nicht! Alta! Ja! Er ist verwirrt! Du hast nicht gerade gewidmet, denk ich, das weiß ich. Ja. Und ich stand außerhalb und hab gerade Checkpoints gemacht. Was weiß ich nicht so? Scheiße. Du alter Ego-Mahner. Da sag's gerade du. Wie wär's, wenn du mal den Goblin da oben hattest? Die Goblin, okay. Das kann er nicht. Benni, Goblin. Wo? Ist doch keiner mehr. Nee, nee. Oh mein Gott. Was auf dem da oben? Oh mein Liebling, Schauber. Oh mein Gott. Weg! Alter, ernsthaft? Jaaa! Wettjur Jäger Dretto Wägen! Jijepani Marwa Vegas Gorgend! Der Kanluda! Omfanyur Mangan Dele! Der Kanluda! Das Heftigste ist eh der Endgegner! Jaaa! Bist du unbedingt auf Selbstmord aus, oder? Soll ich raus! Oh Mann! Der macht das schon! Deswegen mach ich den! Alter! Ja, geil, danke! Ah, okay, das ist gut, glaube ich! AAAAAAAH! Ich löst mir ja diesen Mito aus! Ja, danke! Mit dem Dropdown-Minion! Steuerkreuz-Hauen! Na, kannst du den auswählen! Mit dem Link oder mit dem Restenträger? Nein, links mit dem Steuerkreuz! Nein! Ja, ich weiß nicht, wie man den, äh... Achso, ähm, auf B dann drücken! Äh! Bei Hast ist das genauso! Wenn du Blitz, Akan Feuer machst, dann siehst du, dass für B Hast da steht! Oh fuck, wenn der auf den Rest abgelandet ist! KALIMAAA! 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 Ja, sag ich auch jeden Morgen! Gilt's dir? Gilt's dir? Jeden Morgen vorm Spiegel! Ach! So, hier macht er schon! Komm! Oh! So weit zu B! Was auch immer der gerade getan hat! Merisch hat er irgendwas falsch gemacht! Oh, Markus, der war knapp! Ah! Die Steine! Okay! Gefällt mir! Oh! Zunichtung! Der ist auch... Damit kannst du, äh... Wenn ein Gegner zaubercastet, kannst du sie damit aufheben. Oh! Oh, Benni! Somit himst du gerade all unseren Zauber auf! Ahah! I see! Gefällt mir! So sich das Spiel viel voran. Ja, jetzt bin ich die beste! Muss ich alles alleine machen, oder was? Ja genau, hol noch mehr Gegner. Ja, geil. Ja, danke! Man kann nicht verleihen, was so hohes probiert! Du! Markus Jägen war beim letzten Mal auch ein paar Mal. Ichi! Oh boy, unterliegt wieder ein Tothaich. Halt, ich will jetzt erstmal meine Rüstung machen. Du Scheiße! Ja! Ist das er? Ja, ne? I got it! I got it! Team! Ich hab was gemacht! Scheiße, ich hab mich selber getötet! Benni, wieder benehm! Geh nicht zu weit nach oben! Keine Angst, keine Angst! Ja, benebt wieder! Ja! Ja, warte! Sag ich hier erstmal, ne? Ich hoffe, je mehr Zauber du drin hast, umso langsamer wirst. Nein, aber der falsche Zauber! Wie kann man dieses Stück vom Retzen auf Feuer und Erd zaubern? Ja! Ja, warte! Dann rennt jetzt mal kurz hier! So! Voll die Diskriminierung! Der belebt immer dich zuerst wieder! Weil ich schwach bin! Ja, ich glaub auch! Kann man eigentlich irgendwie normal rennen, ne? Ne! 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 Oh Gott! Ich hab die Agro! Tötet ihn! Er ist bereits! Jetzt kommt der Nächster! Tötet ihn! Tötet ihn haben wir, ne! Den haben wir rein! Ah, dann ist der meine, alle Geistes! Alle Geistes zauber hier! Tötet ihn! Tötet ihn! Kayour! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Warte, wie hast du das denn gerade gemacht? Das wüsstest du gerne, ne? Das sehe ich dir gleich. Ja. Mal schauen, vielleicht kommt es ja selber drauf. Hey, das haut rein los. Okay. Oh, okay. Warum will der Markus in jedem Scheißsauger gehalten? Nein, nur mit Blitz. Da Markus nonstop Blitz castet. Ja, vor allem, wenn du dazu noch nass bist, wird es sofort gehalten, ohne ihn zu wirken. Kommt mal mit. Ey, tritt nur diesen graben Strahlen, da haben wir echt die coolen Steine. Also es ist ja auf jeden Fall... Arkan und... Arkan... Ja. Zwei von zwölf. Arkan und Eis, aber dann... Was ist das hier? Ähm... Benni, so, Moment. Damit es auch jeder weiß. Also. Wasser. Alter, fick dich, Mann! Markus, jetzt hör mal auf. Wasser. Die Tiga sind cool. Ja, warte mal. Ja. Trockne dich erst mal. Oh Gott! Mit Blitz trocknen. Nein! Okay. Ja. Blitz. Feuer. Okay. Also Wasser? So. Wasser, Eis. Hast du? Ja. Dann nach unten Schutzschild. Ja. Arkan. Nein. Blitz. Ja. Echt? Und dann auf die Waffe legen. Mit A. So. Und nochmal atmen. Ah, okay. Alter, die Dinger sind so mächtig, ne? Naja, sieh'n cool aus, aber... Was würde dann das hier machen? Ah, okay. Ah, okay, okay. Ich könnte fast glauben, dass du jetzt heimkriegst. Ah, das war ja mal schon bei uns, die ganzen Sachen auszuprobieren. Ah, okay. Ja, danke Markus. Mit Outdoor-Attacks. Ah, Leute. Ah, nein. Ich darf das viel. Ah, nein. Ah, nein. Ach, wie war das schon mal, da musstest du direkt mit Lips drangehen, ne? Wacht mal, Alter, lass das. Ja, danke. Geil. Okay, macht das schon. Entschuldigung, aber ich musste das mal eben machen. Alter. BAM! Nein! Ganz knapp verfehlt. Ach ja, genau. Ja, Benni. Danke. So, ich mach's. Oh. 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 es hier kackdrecks es nämlich dass die einzelnen lassen